Sehr geehrte Damen und Herren, am 11. Mai haben Sie die Gelegenheit, für sich und für andere etwas Gutes zu tun, nämlich im Rahmen der ProBaskets Charity Gala zugunsten der Beta Humanitarian Help e.V. Die Beta Humanitarian Help e.V. leistet Hilfe in Ländern der dritten Welt, und zwar dadurch, dass Ärzte von hier in die Länder der dritten Welt fliegen, um die Menschen dort zu behandeln. Und das Geld, was dafür erforderlich ist, das soll zusammenkommen am 11. Mai. Und dort haben Sie die Möglichkeit, einerseits Tickets zu kaufen zum Preis von 129 Euro für einen unvergleichlichen Abend im GOP-Theater hier in Bonn, wo Sie nicht nur kulinarisch und künstlerisch, kulturell verwöhnt werden, sondern auch die Gelegenheit haben, Lose zu kaufen. Und für diese Lose gibt es wirklich tolle Preise, z.B. einen 5er-BMW, z.B. Gutscheine für Wellness, für andere Dinge, sodass Sie nicht nur den hilfbedürftigen Menschen in der dritten Welt etwas Gutes tun können, sondern sich selbst auch. Seien Sie dabei am 11. Mai. Vielen Dank.